Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich hinten an der Wand so ein Licht sehe. Es flackert die ganze Zeit so leicht wie ein Stroboskop. Das ist unglaublich krass. Die Lichter begleiten mich auch in den folgenden Tagen. Es ist auch völlig egal, ob ich die Augen offen oder zu habe. Es ist jetzt nicht so das Gefühl, ich bin voll am Up-Trippen, aber genug fest, dass ich merke, es ist schon etwas anders als normal. Während ich zu sprechen, merke ich, dass sich der Raum auseinanderzieht. Jetzt habe ich das Gefühl, dass eine Decke ob mir, die hoch und runter kommt. Aus diesen Wändchen kommen so eine Art Qualle. Ja. 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 Ja.